Die Kreativ-Sprachboxen, ein Kasten voller Geschichten. In den 20 Kisten stecken über 200 Figuren, die nur darauf warten zu Geschichten zu werden. Unglaublich lustige, spannende Geschichten neu erfunden oder nacherzählt. Das Spielen mit den Figuren regt die Fantasie der Kinder an und erleichtert das freie Erzählen. Die kleinen Gestalten veranschaulichen die Geschichten oder helfen dem Erzähler beim Thema zu bleiben. Sie werden überrascht sein, wie leicht es ist, auch Kindern mit Sprachdefiziten vielfältige Sprechanreize zu beten.